Hallo und herzlich willkommen zu meinem ganz sicher ersten Versuch, mit dem Leather Tower irgendwas zu reißen. Was wir dafür brauchen ist ein Buildertower und das Darede2Heaven Upgrade nach dem ersten Boss. Oh mein Gott, ja jetzt haben wir es verkackt. 38 Damage. Das ist schon nicht schlecht. Aber das war schlecht. Jetzt will ich eigentlich schon meinen Buildertower langsam haben. Vielleicht sollte man den wirklich am Anfang bauen können, wollen, müssen. Jawohl. Aber es ist zu spät. Zu spät. Zu spät. Jawohl. Aber wir haben nicht BAM 17 mit 11 Leben überlebt. Und wir haben das Upgrade nicht bekommen. Oh mein Gott, das war gut. Und kein Stairway. Oh, na gut. Kein Stairway for us. Hey. Kein Stairway. Denied. Bilder, 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 Bilder Tower. Ja. Und siehe da. Es ist echt Zufall. Wir haben hier einen Buildertower, der in der ersten Runde unseren Main Tower ersetzt. Der dann in der nächsten Runde kommt. Das ist sehr cool, weil dann kriegen wir trotzdem das Gold. Also die Chests und die zwei Gold pro Runde sind uns da sicher. Und wir haben sogar die Asteroid geschafft. Also nicht, dass ich jemals daran bezweifelt hätte oder andere Erfahrungen gemacht habe, so in den letzten zweieinhalb Stunden. Aber ist okay. Gut. Und ich nehme noch den Glass Tower mit. Oh, das ist mies. Das ist mies. Hier auch lieber den Thief als den Leather. Wegen des Goldes. Des Goldes wegen. So, jetzt werden allerdings so ein paar Leathertower nicht schlecht. Den Glass of Burling Stufe 2 ist auch gut. Genau wie ein Thief. Weil der gibt jetzt zwei. Kriegt zwei Damage ohne. Okay. Na ja, gut. So. Eine Prinz ist toll. Jawohl. Sehr gut. Bei dem Horse habe ich tatsächlich kurz überlegt. Weil der hätte mir ja auch die Möglichkeit, einen Rare Tower für neun Gold zu bekommen. Ja. Dann ist das wohl ein Zeichen dafür. Sehr gut. Jawohl. Sollen wir schon mal Stufe 4. Heißt, kriegen ein HP pro Runde. Bringt uns jetzt so gegen den ersten Boss noch nichts. Okay. Das ist jetzt erstmal safe, würde ich sagen, bis zum Boss. Ah. Sehr gut. Perfekt. Ja. Okay. Jetzt können wir uns um den Glass Tower kümmern. Der hat jetzt, ähm, würde ich schon sagen, die höchste Prio. Damit er dann auch, ähm, drei Damage pro Runde kriegt. Und je höher wir den haben, umso, also je schneller wir den auf Stufe 3 haben, umso mehr Damage hat er hinten raus. Oder wir bauen einfach mal noch einen Bilder Tower hier hin. Und der kriegt jetzt 4 Damage pro Runde. Gut. Gut. Das ist ja jetzt schon mal ein Viertel von 100, also von dem Boss. Dann ist der fast ein Viertel. Ah, ein Snake. Ich glaube, sicherheitshalber kommt dann doch der Snake. Dadurch macht der erste Tower ja dann auch mehr Schaden. Oder alle Tower, solange die verliftet sind, ja, glaube ich. Gut. Das kann man jetzt hier schwer messen. Bei 28 und 21. Jetzt kommt der Boss. Okay. So. Die Bridge bringt uns nix. Ah, die Chest hätte ich ganz gern. So. Jetzt brauchen wir nur noch ähm, den das, das Upgrade. Das Richtige, den richtigen Token. Und wir haben ihn. Stairway to Heaven. Jetzt haben wir unbegrenzte Oh, jawohl. Jawohl. Ne, oder? Hier vielleicht, falls hier noch eine Princess kommt. Ja. Okay, jetzt kann es nach oben gehen. Jetzt gibt es keine maximale Levelanzahl für alle Tower mehr. Und unser Leather Tower kann wachsen. Mit 5 HP. Oh ja. Oh, das hat sogar geklappt. Okay, aber ich glaube, ich bin noch nicht so ganz safe. Ich weiß es nicht. Ich will den Tag nicht vor den Endboss loben. Aber das sieht erstmal sehr gut aus. Also das stimmt mich gerade recht positiv. Das auch. Ähm. Ist das cool. Der wächst halt jetzt auch gut mit. Naja, was heißt gut? Aber er wächst halt mit. Jetzt können wir überlegen. Ah, nee. So sitzt ich ein Tower. Obwohl das Gold für Rerollen wäre auch nicht. Ja. Bin ich mir gerade nicht sicher. Ähm. Den Glass Tower. Lasse ich links liegen, ne? Den Thief würde ich vielleicht ne auch. Ne. Ne. Ah, eine Princess. Ne, wir konzentrieren uns jetzt komplett auf den Lerder Tower. Der ist jetzt Stufe 10. Mal gucken, ob wir ihn über auf 30 bringen. Ne. Wir haben nicht 30. So, mal den brauchen wir jede Runde 2. Hm. Geht halt mal quasi den ersten. Oh, jawoll. Ah. Nein. Ah. Ja, ich glaube einen weiteren Bilder Tower können wir vergessen. Ich muss zusehen, dass also was heißt ich muss zusehen ähm halt abwarten bis der Bilder Tower hier neben der Princess wächst nächste Runde dann ist es soweit er ist auch eine Princess oder war mal eine okay so letters 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 scroll letters scroll scroll okay Stufe 17 haben wir jetzt ah der der Glästauer da vorne der reißt jetzt auch nichts mehr das wächst gut mit dem das oh ja vor allem mit denen bei den Towern die hier so regelmäßig kommen ah nee den Gläs lohnt sich eigentlich echt gar nicht mehr und noch einer ja zwei sogar naja gut einer hätte gerecht so jetzt ist der ja auch auf Stufe 2 das bedeutet es gibt jetzt doppelt so viel also der ist jetzt halt so gut wie die zwei hier ah nee die chest lohnt sich jetzt hier nicht mehr oh mein gott mal drei level drauf okay level 24 ich denke wir kriegen es doch hin auf 30 sollten wir kommen der hat ja jetzt auch schon über 300 damage what the na die machen auch über 100 aber trotzdem der Boss sollte ja dann easy peasy von der Schulter gewedelt werden so jawohl okay der bekommt ja jetzt pro Runde schon fast 100 Gold äh 100 damage okay ist nicht schlecht würde ich sagen der hört gar nicht mehr auf zu wackeln so hoch ist der schon oh jetzt kommt aber auch schon der Boss na gut ja level 20 das ging jetzt recht fix also gut ich habe jetzt auch nicht groß überlegen müssen und da haben wir ihn auf Stufe 30 wie erwünscht cool na dann und da kommen wir auch schon genau auf 500 machen jetzt über 100 damage und hp pro Runde bock was will der überhaupt ne ist ja egal was wir jetzt hier wählen packen wir hier noch nen gucken wir hier noch nen Bilder drauf ach schade der braucht ja die Prinzess cool jetzt noch ein bisschen noch ein bisschen mehr schön für's für's Thumbnail ja na dann ähm vielen Dank fürs Zuschauen was sagt ihr Leatherbill Leather Tower lohnt sich das aber der ist halt jetzt so ja der ist halt echt nicht schlecht mit einer Krone na gut na dann vielen Dank fürs Zuschauen und ja wir sehen uns im nächsten Video wir sehen uns im nächsten Video